Ja, und wenn du das schaffst, also wenn du das hier mal hinkriegst, dann lass nur noch die Feuerpassage machen. Ich hasse mein Leben, mein Leben hasse ich. Ja, und wenn du das hier mal hinkriegst, dann lass nur noch die Feuerpassage machen. Und ich bin wieder nicht alleine, denn ich habe wieder eine Gästin und die darfst du dich nochmal vorstellen. Ja, Bum36 oder Shunting, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Genau, wir nehmen heute eine kleine Runde auf. Wir sind das letzte Mal hier ja an dieser Scheißstelle hängen geblieben und wir werden wieder hängen bleiben. Lara schläft noch, die faule Socke. Aber heute ist ja nur Freitag der 13. Um 16.22 Uhr und es kann nur alles besser werden. Also, ne, wir laden einfach und... Oh mein fucking Gott. Weißt du noch, wo wir... Von hier sind wir doch gekommen. Ja, das letzte Video hat ja leider nicht so viele Aufrufe bei euch bekommen, habe ich so mitgekriegt. Also irgendwie fünf Aufrufe ist dann doch ein bisschen sehr schwach, auch für meine Verhältnisse. Aber gut. Aber gut. Wenn die Bum halt nicht so beliebt bei euch ist, dann müssen wir das schnell ändern. Was? Ich bin unschuldig. Nein, wahrscheinlich macht ihr alle alles wahrscheinlich genau richtig. Nur Bum und ich machen es verkehrt, nämlich ihr genießt das schöne Wetter und wir setzen uns in unsere Bude. Ja gut. Nachdem ich mir jetzt so langsam eine Sommerkrippe bekomme... Das ist ja schlimmer als meine Englischlehrerin. Bleibe ich lieber zu Hause. Ja. Äh. So. Und nochmal das Ganze. Es kann sich noch um Stunden handeln. Sollte es zu lang werden. Du hast es doch schon. Ja, Gott sei Dank. Wollte ich gerade sagen, würde ich Jeopardy reinmachen. So, wo muss ich jetzt hin? Oh Gott. Das geht nicht gut aus. Kann ich speichern? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein! Dann wenigstens ist sie tot. Aber wir wissen ungefähr, wo... Ja, das würde mir doch stinken. Ja, da weiß ich jetzt aber ungefähr, wo wir hin müssen. Nämlich, wir müssen oben noch einen Drehsprung machen. Yay! Scheiße! La... Was machst du denn? Wir können doch auch die Idee hier so einen Block hinzumachen. Kann das nicht wirklich ein Sprungblock sein oder sowas? Wie ein Trunkbretter 2? Boah, keine Ahnung, ob es denn schon mal zwei ein Sprungblock gab oder auch nicht. Natürlich gab es die. Gut, dann hat halt was verpasst. Weiß ich noch ganz genau, ich habe geflogen wie ein Raubbretter. Ich sage nur, äh, Eispalast. Gut, dann hat halt die Bum was verpasst. Auch gut. Alles gut. Ne, aber die gab es damals. Über die Dinge habe ich jedes Mal gefühlt wie ein Raubbretter. Okay. Ja, das ist schon ewig her, dass ich es zum Raubbretter 2 gespült habe. Ich habe es das letzte Mal Mitte 2013. Also vor drei Jahren. Wann habe ich denn bitte mit YouTube angefangen? Also ich weiß noch ganz genau. Ich habe angefangen am 12.12.2009. Da habe ich mit YouTube angefangen. Na, richtig angefangen in der Neuzeit. Ich hatte ja schon mal einen älteren Kanal. Den habe ich so, auch so wie du gegründet. Ich meinte angefangen mit That's Place. Ja, meine ich auch. Also als ich richtig angefangen habe, das war so um den Dreh 2010. Irgendwie so Oktober 2010. Das war so Oktober 2010. Da habe ich angefangen. Mit Angel of Bagnus. Ja, bei dem habe ich auch angefangen. Mhm. Ich weiß. Du hast eine mit der ersten Let's Playerin, die ich gesehen habe. Komischerweise. Ich war die allererste, die es rausgebracht hatte. Wahrscheinlich genau deswegen. Und erst nach hier kamen dann einige, die das dann auch gespielt haben. Weil sie dann doch gemerkt haben, die Leute schauen sich das an. Ja. Für mich war das damals auch eine Neuheit. Ich kannte sowas auch nicht. Ich habe einfach mal aus Spaß Tomb Raider 6 auf YouTube eingegeben. Und wups, kamen deine Videos. Ja, ich war wie gesagt die erste, wo halt Tomb Raider 6 auf Dark das gewagt hat anzufassen. Und kaum haben die Leute gesehen, dass es bei mir gut ankam. Weil ich da über 1000 Aufrufe damals hatte. Habe ich damals gut gestartet. Ja, und kaum war das der Fall, hat dann irgendwie jeder Tomb Raider 6 machen. Was noch irgendwann mal war, ist das nicht mehr interessant. Ja. Ich habe auch so um den Dreh angefangen, wie gesagt. Habe dann Mitte 2011, 2012 irgendwie aufgehört. Damals noch wegen Akta. Wann war Akta? War das schon 2012 oder war es noch 2011? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wegen Akta. Da fragst du mich jetzt schon wieder zu viel. Ja, das kann passieren. So, und dann habe ich... Da war ich... Das weiß ich noch ganz genau. Da war ich in der letzten Woche in der 7. Klasse. Krank. Nee, dann war es... 2013. Ja. Nee. Hä? Jetzt verwirrst du mich. Weißt du das? 2014. 2014. Und da habe ich Tomb Raider 2. Was mache ich denn hier bitte gespielt? Ich weiß nicht, was du da machst. Das ist gar nicht so blöd, was ich hier mache. Verstehst du, wie ich meine? Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich würde es nicht probieren wollen. Nein, geht nicht. Äh. Drehung in der Luft. Ich möchte gerne mal wissen, wie man das machen soll. Leute, ich werde dieses Level so hassen. Ich merke mir auch nie, wo der Weg ist. Hier wird jetzt vorgespeichert. Jo, jo. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon so schön so Highlife-Musik oder sowas im Hintergrund drin haben. La, 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 la. Weil sich das hier noch um Stunden handeln kann. Aber scheißegal. Denn wir haben dann nachher noch die, was auch nicht viel besser ist, nämlich Tomb Raider 1. Ja, wenn du das schaffst, also wenn du das hier mal hinkriegst, dann darfst du noch die Feuerpassage machen. Hehehe. Hehehe. Ich hasse mein Leben, mein Leben hasse ich. Fick dich, Lara. Ehh. Wollen wir jetzt nicht doch nicht mal mit TeamViewer spielen? Äh, nein. Hehehe. Danke, ich verzichte. Ich verzichte, ich verzichte. Ich möchte nicht. Hehehe. Versuchen sie jetzt noch genau... Nein, Lara! What do you do? Versuchen sie jetzt noch genau zweimal. Wenn ich es dann nicht hinbekomme, schaue ich wieder mal, so wie damals in Tomb Raider 3 Zeiten, live nach, wie es weitergeht. Boom, hängt die Bildschubertragung schon wieder? Nope. Mir fehlt hier nämlich gerade schon wieder so ein roter Rahmen. Die läuft super. Wenn man einmal mal nicht rennen wird. Äh, du wirst lachen. Ich renne da und ich zocke nebenbei, also... Pfff, pfff, pfff. Aber mein Rechner ist das letzte Mal schon zu lange an. Nein! Aber diesmal renne ich nicht mit Camtasia, sondern ich renne dieses Mal mit Sony Vegas. Okay, wir schauen es nach. Wö? Wo ist es da? Genauso wie ich es gemacht habe, soll es in der Theorie funktionieren. In der Praxis, ich bin kein Speedrunner. Ich bin einfach kein Speedrunner. Und ich versteuere. Aber mir hat in den letzten Parts noch ein bisschen Bass gefehlt. Deswegen habe ich die... Äh! Immer diese scheiß Praxis. Man erst einmal kurz nach oben und dann nach rechts muss. Nein! Zurecht! Lara, sie hat heute mal wieder ihre Tage. Merkt man ganz deutlich. Lara, heute ist Freier der 13. Das gibt dir aber noch... Lange nicht das Recht, dich nicht festzuhalten. Dankeschön. Ich frage mich auch immer mit dieser... Nein! Was ist denn jetzt zum Blödsinn? Was mache ich falsch? Diesmal nicht die Springtaste drücken. Dann einfach nach oben und nach rechts. Nach rechts! So, stopp! Stopp! Ich sag dir noch Stopp, damit du dann von dort abspringst, aber du hangelst einfach weiter. Das war Absicht. Eins, zwei, drei. Deine Maus ist im Bild. Das macht nichts. Flaps blendet die aus. Deine Maus ist immer noch im Bild. Flaps blendet die aus. Im Nachhinein. Auf der Endaufnahme ist sie nicht zu sehen. Ja, das mag sein, aber... Ich würde es stören. Nö. Gut, dann nicht. Wo stört mich die auf der Fraps-Anzeige? Ey, heute ist nicht mein Tag. Sag, ich würde sie stören. Sie muss sichern. Ich störe, aber mich würde sie stören. Die Fraps-Anzeige, die stört mich nie. In der Theorie weiß ich, was ich machen muss. In der Praxis bin ich schon wieder fast tot. Oh Mann, oh Mann. Was hat sie jetzt gemacht? Keine Ahnung. Leute, wir nehmen schon wieder seit über 17 Minuten auf und haben nichts geschafft. Ich muss jetzt ernsthaft noch einen optionalen Paar draushauen? Finde ich nicht lustig. Das kann ich mir gar nicht leisten, Lara. Hä? Warum lässt sie denn los? Ich lasse die Taste doch nicht los. Kannst du das nicht leisten? Sonst habe ich die Faxen dicke. Jetzt lässt die blöde Kuh auch noch los. Obwohl ich Steuerung gedrückt habe. Das macht so keinen Spaß. Was? Warum? Hä? Ich will jetzt gucken, wo der abspringt. wo der absprnumber Galen auf? Naja! zur Nummer... ..So. Es ist sicher, dass wir hier in den Bode abspilen 18 Minuten ansehen müssen. Was für tout das Durschgeroll? análbasse aufh!!! Alles wird gut, wenn man nur fest genug daran glaubt. Lara? Bist du dir sicher? Ja, ich spring genau da ab, wo er im Boto abspringt. Was passiert bei mir? Ich fall einfach mal ins Nirvana. So jetzt ganz ruhig. Warum springt sie denn jetzt bitte? Jetzt haben wir wieder schön, bis sie mit ihrem Arsch ausgeschwungen ist. Ich hab ne Nachricht in Skype. Wer will denn was von mir? Warum? Warum? Wer denkt sich so ne Scheiße aus? Gibt's ne Flight Sheet? Ich denke nicht. Schade. Der Dorsi-Sheet funktioniert nicht. Ey Leute, das macht so keinen Spaß. Es macht so einfach keinen Spaß. Ich brech das als Flight jetzt hier gleich an der Stelle ab, wenn das hier nicht sofort weiter geht. Nur wegen meiner Inkompetenz. Kann doch nicht sein. Meine Inkompetenz hat uns selbst in Tumbräer 3 schon durchgerissen. Die springt einfach mal dagegen. Warum? Es lief so gut und sie springt gegen. Hm, vielleicht bist du zu spät abgesprungen. Keine Ahnung. Kann schon sein. Oder zu früh. Oder zu früh. Ey. Ganz ruhig bleiben. Bleib einfach ruhig, Alex. Halt dich fest! Ich bin doch eigentlich dämlich. Warum? Warum ziehe ich mir das Spiel nicht einfach hier hin? Dann sehe ich alles außer die untere rechte Ecke. Ich weiß nur, wenn ich jetzt die Aufnahme ausmache, klappt es beim ersten Versuch. Wir sehen uns gleich. So, wir haben es geschafft. Nach gefühlt 5 Versuchen. Für eine Glocke. Hast du die Aufnahme wieder gestartet oder nicht? Na klar. Gut. Für eine Glocke. So, jetzt darfst du das nochmal machen. Für... Plus mit, halb mit Feuer. Genau. Er spielt so gern mit dem Feuer, wisst ihr? Einer muss ja. Was? Okay. Alles klar. Jetzt stelle ich dafür nochmal den Rest in den 20 Mal live für die Aufnahme. Ich hoffe, es macht jemand Death-Counter. Macht irgendjemand von euch Death-Counter, Leute? Wenn ja, es würde mich mal interessieren, wo wir stehen. Denke ich nicht, dass du das wissen willst. Na ja, wissen wir, was mir das jetzt gebracht hat, die Glocke. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es ein Teil von der Tür geöffnet haben. Jetzt kommt's, auf Zeit. Nee, eigentlich nicht. Das ist fiese und gemein. Das ist fiese und gemein. Das. Demand, wo ich hoch springe, erwischt mich das Feuer. Ja, was? Wie soll ich das denn machen? Wissen bleibt es hier oben liegen und rutscht nicht runter. Hä? Demand, wo ich mich hoch ziehe, kommt die Flamme doch wieder. Hier. Da. Siehst du das? Nee, da muss ich anders springen. Ja, da muss ich antworten. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020